So, moinzen liebe ihr Opa und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo und zwar es geht darum, zum einen habe ich hier auf Call of War mit meiner Community, so einer Allianz und da könnt ihr auch auf unsere Maps spielen auf gewissen, Regeln stehen auch immer bei den Maps mit Billen und zum anderen wollte ich euch nur kurz informieren, falls ihr dieses Video seht und habt die Glocke aktiviert und wollt jetzt nicht 100.000 Benachrichtungen kriegen, werde ich euch raten, zumindest für heute, Nachmittagabends mal die Glocke kurzfristig so deaktivieren, falls ihr jetzt zum Beispiel in der Arbeit seid und dieser ständige Benachrichtigungston euch, sagen wir mal, auf den Nerven gehen könnte, kurzfristig einfach die Glocke deaktivieren, da wollte ich euch jetzt bloß Bescheid geben, weil ich folgendes mache, ich habe noch auf meinem PC ziemlich, ziemlich viele Videos gespeichert, unter anderem auch alte Videos, die eben teilweise schon vor zwei, drei Monaten sind und würde euch die jetzt einfach, ja so als kleines Geschenk zu Weihnachten und für den tollen Support, den ihr macht bei dem Kanal hier, habe ich mir gedacht, ich lade euch die jetzt einfach mal alle dann hoch, ich werde jetzt bei diesem Video auch nicht modsmäßig viel machen, vielleicht noch ein kleines Intro, weil ich jetzt dann auch gleich auf den Termin muss und das jetzt schnell vorher noch hochladen will, Deswegen mache ich hier nur ein kleines Intro, äh, Thumbnail mache ich dann wahrscheinlich später, ähm, ja, auf jeden Fall, äh, wisst ihr Bescheid, äh, zu diesem Call of War, ihr seht, Ich habe hier schon ziemlich viele Einheiten hier bei mir in, nein, Russland hier, überall stehen meine Einheiten rum, ähm, Da könnt ihr euch jederzeit mitspielen, allerdings, ähm, auf gewissen Maps herrscht Spieler gegen Spieler Frieden, auf gewissen Maps natürlich nicht, da könnt ihr euch gegeneinander batchen, oder auch nicht, je nachdem wie ihr Lust habt, Es ist dann natürlich euch selber überlassen, ähm, was mir halt wichtig ist, dass, äh, hier keine riesen Dinger gegen einen Spieler gefahren werden, sondern dass man entfernt bleibt, ich zeige euch hier jetzt auch nochmal, meine Allianz, da ist CC-SW-Network, die findet ihr eigentlich auch, wenn ihr nur CC-SW eingibt, ähm, und dann geht hier einfach, wenn ihr dabei getreten seid, so auf Allianz-Spiele, und dann seht ihr ja hier, äh, da zum Beispiel bei dem Spiel hier, äh, kein Spieler gegen Spieler, sondern eben nur gegen die KIs, Allerdings ist die Map schon relativ voll, also da werde ich euch jetzt nicht mehr, ähm, Daten reinzugehen, aber hier zum Beispiel, äh, speziell zu gehen, der Rest der Welt, wer jetzt sowas, oder hier, Spezial, äh, jeder gegen jeden, da seid ihr auch anonym, in der Spielerunde, ähm, und ich kann natürlich euch gerne auch noch weitere, äh, Runden für euch, wenn ihr öffnet, wenn ich sehe, okay, ihr, äh, spielt hier wie, äh, wie blöd, dann kann ich euch auch noch gerne weitere Runden eröffnen, das ist kein Ding, dann stelle ich euch einfach weitere Spiele, und dann könnt ihr euch da gegenseitig patchen, ähm, und ihr kommt am besten halt einfach hier in die Kollektion rein, aktuell sind es noch, sind noch 10 Plätze frei, es werden aber wahrscheinlich ein oder zwei Plätze frei werden, weil der Kollege hier ziemlich inaktiv ist, den werde ich wahrscheinlich wieder rausschmeißen, und ich werde vielleicht sogar noch eine zweite, äh, Allianz aufmachen, mit einem zweiten Account, wo ihr dann eben auch rein könnt, das als kleine Info noch, das halten wir mal fest für das Video, hier, das, ähm, Call of War könnt ihr gerne mitspielen, haben wir auf jeden Fall kurze Erklärung drüber, und wie schon gesagt, wenn ihr keine zigtausend Benachrichtigungen jetzt haben wollt, weil das ist schon etliches, was ich da hab, an Videos, und ihr sagt, okay, ihr wollt jetzt da keine, ja, extrem viel Benachrichtigungen haben, dann solltet ihr auf jeden Fall definitiv, äh, Glocke zumindest, bis, sag ich mal, morgen, kurzfristig deaktivieren, weil, ich sag mal so, nicht jeder steht darauf, hunderttausend Benachrichtigungen am Tag zu bekommen, von einem YouTuber, oder hat eben auch nicht die, äh, an der Arbeit zum Beispiel die Sache, dass er vielleicht dann davon abgenervt sein könnte, wenn da zigtausend Benachrichtigungen kommen, deswegen, ähm, sollte ihr da definitiv dann die Glocke für heute vorübergehend eben deaktivieren, bis halt eben dann, äh, das letzte Video hochgeladen ist, äh, ich schau jetzt mal noch ganz kurz, wie viele Videos das sind, ich muss jetzt kurz schnell schauen, wo ich die alle drin hab, hier haben wir sie, also, ähm, also es sind ziemlich viele Videos noch, seh ich grad, ich hab jetzt hier auf jeden Fall eins, was ich auf jeden Fall hochladen will, das sind, glaub ich, noch ein paar mehr, also das dürften schon so um die 10 Videos sein, ich würd's halt dann so machen, dass ich euch einfach notfalls, ähm, kurz noch mal, äh, wisst ihr, wie wir's machen, Leute, wenn ich, äh, wenn ich dann sozusagen fertig bin, ich werde heute Abend auf jeden Fall noch streamen, ähm, ich schau, dass ich das so schnell wie möglich mit dem Hochladen fertig kriege, beziehungsweise machen wir's an, dass ich stream morgen, weil ich weiß nicht, ob ich das dann heute noch schaffen werde, also solltet ihr am besten, sag ich mal, die Glocke so bis, ja, ja, Termin ist ja mal 11, bis ich das dann alles gemacht hab, sag mal mal bis heute Abend so 18 bis 20 Uhr einfach, äh, 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 inaktiv lassen, oder ihr lasst ja an, das ist euch selber überlassen, aber ich hab hier auf jeden Fall, also eins kann ich nicht hochladen, weil derjenige das nicht mehr möchte, ähm, der Skytime, der möchte das nicht mehr, weil er aus dem Team geflogen ist und da jetzt ein bisschen eingeschnappt ist, dann hab ich hier was, ein Crank hab ich auf jeden Fall, dann hab ich hier noch was, also ich denke mal, es werden schon so fünf bis zehn Videos sein, und ich geb euch einfach dann halt am notfalls mit einem kleinen Video nochmal, äh, Bescheid, wenn ich dann die letzten Videos alles hochgeladen hab. Dann gibt's hier eigentlich nicht wirklich mehr viel zu sagen, dann wünsch ich euch eine schöne Zeit, danke fürs Zuschauen bei diesem Video, falls ihr neu seid, guckt gerne mal die neuen Videos an, die jetzt dann alle in Folge noch hochgeladen werden, oder halt auch allgemein mal bei meinen Super-YouTube-Kollegen vorbei, ihr könnt auch gerne ein Abo dalassen, und ich werde euch auch, ähm, schauen, dass ich vielleicht dann, äh, das Kyml-Style komm wieder bringen, weil das kam ja sehr gut an bei euch, hab ich gesehen, und deswegen, ähm, werde ich euch das auf jeden Fall dann auch wieder bringen, da werde ich mir einfach einen neuen Account erstellen, oder so, und dann kriegen wir das hin. Und ein ganz großes Dankeschön geht eben, übrigens auch in diesem Video raus an RISPO, für deinen tollen Support, ähm, der Brief ist, äh, hier angekommen, äh, bedanke ich mich übrigens bei, äh, bei dir, für den wunderbaren, äh, Support, wie schon gesagt. Schaut auf jeden Fall auch mal bei Ihnen vorbei, ich werde Ihnen, äh, ich werde euch dann ein kleines, äh, den werde ich euch vorstellen, den Kanal, mach mal so, ich stelle euch den mal vor, wenn ich mit dem Hochladen fertig bin, stelle ich euch dann sozusagen diesen Kanal vor, wo ich dann eben euch auch sage, dass ich dann fertig bin. So könnten wir es machen. Ist auch jemand, der jetzt erst vor kurzem mit YouTube angefangen hat, und, äh, mir auf jeden Fall einen sehr guten Support gemacht hat. Ähm, auch wenn ihr mir übrigens, ähm, ähm, ja, was zukommen lassen wollt, ich meine, äh, ja, das ist natürlich jetzt mit der Ding, äh, mit Adresse, man sollte zwar eigentlich seine Adresse nicht unbedingt im Internet preisgeben, aber, ganz ehrlich, ich bin da jetzt ein bisschen anders eingestellt, ich meine, ich werde auch hier in der Adresse nicht mehr lange wohnen, das heißt, äh, ich werde euch auf jeden Fall noch ein Popfer für euch aufmachen, für Fanpost und so ein Zeugs, aber wenn ihr mir was zukommen lassen wollt, ein kleines Paket, ähm, und wollt eine Autogrammkarte, dann schickt mir die, hier, äh, fragt einfach an, dann schicke ich euch die Adresse, und, äh, dann könnt ihr mir das zukommen lassen, ihr schreibt am besten dann auch eure Adresse mit, äh, in euren Brief mit rein, und dann schicke ich, äh, ich werde mal schauen, ob ich mir Autogrammkarten mache, und dann schicke ich euch einfach eine Autogrammkarte von mir, ähm, das ist auch so, so konnten wir das machen, dann könnte ich euch ein bisschen was auch zurückgeben, auf jeden Fall, das ist ja auf jeden Fall klasse gelaufen, und ich werde dann auf jeden Fall im anderen Video nochmal dann ein bisschen nochmal ein wenig weiter, auch nochmal auf das Jahr eingehen, dann, äh, beende ich das wieder an dieser Stelle, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, tschüss, tschüss.